Alles gut? Ist dir kalt? Ich soll da rein. Nö, ich soll hier rein. Okay. Dann geht du. Und hinten rein. Ah. Ich glaube, es geht Quidditch. Ich glaube. Ich glaube. Zitternade, denen ist allen kalt. Dann müsst ihr euch was Wärmeres anziehen. Ähm. Ist den gut? Neuer Pär. Könnt. Blubbesen. Und witzig. Ja. Ich glaube, da soll ich nicht hier lang. Ich muss hier lang. Tschüss. Guten Tag. Hey, du. Was die Regenwolken. Pööö. Wo liegt die denn hin? Ich würde trotzdem gern gewesen. Geht ihn auch. Aufhören. Oh. 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 Da. Hier viel Spaß damit. Ach. Ich kann damit auch aufsteigen. Ja dann. Ah, wir brauchen schon ein Besen. Schini-Strickjacke. Wie ist das? Ich geh doch mal jagen, wenn es weiter nichts ist. Wacht man ja den ganzen Tag. Woops. Hi, Kobe. So, was he doing? Uh. Ich kann eine Vogel, ne? Bin in! Boah! Tschüss! fühlst du geblüht das ist ein großer roter großer lustiger Pilz wir gehen hier zwar rum und so aber ich stehe kein Nest was ist das denn? hey was ist das? das hat keiner erlaubt nein 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 aus zugegeln komm nein ja buddeln 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 ach mann wir wechseln dacke boah ne wo kommt die denn her kipik fuhr einfach durchgängig neu Ach, mehr! Ach, lass mich in Ruhe, du Kackvieh! Gibt es Zeit für dich, Stefan! Was ist das? Mh, kann er kriegen. Guck mal ab. Ball, 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 ball. Das Nest, was macht doch ... Mach das Nest, mach das Nest, mach das Nest! Nicht die Blumen! Das Nest! Dankeschön. Ich glaube, ich muss noch ein paar Spinnenleben kaputt machen. Ich weiß auch nicht genau, wie ich draufkomme. Ups. Boing. Ui, 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 ui. So. Los. Okay. Jo, ich, äh, Hermine! Traumbein! Buddel, 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 Buddel! Endlich kann ich buddeln! Hey, wo ist mein Fleisch? Hey, wo ist das Fleisch? Ach da! Wollte schon sagen, hä? Können wir nicht weg sein? Wer klaut hier denn Fleisch? Geht doch nicht. Hier. Geht doch noch ein Sparpinweben. Ein Sparpinweben! Mit den Sparpin am meisten! Mit den Pinweben! Mit den Sparpin wechen! Wo ist das Frosch? Deine Sparpinweben, besonders! Fisch! Nein, fünf... Komm schon. Spiegel. Menü. Toll. Toll. Juuu. Das ist extra. Go Hermine. Hi fish. Ich bin. Ich bin. Wuuu. 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 Mist. Mist. Sie kann aber nicht ordentlich hüpfen. Wuuu. Schmeißen kann sie's aber auch nicht. Juhuu. Boing. Puss. Puss. Ich brauche irgendwas für die Brücke. Ups. Ich weiß noch nicht was, aber ich brauche irgendwas für die Brücke. Mir fehlt aber auch da ein Spielleben. Ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht. Hm. Hi. Hm. Oh, Spinne. Das ist das letzte Spinnenleben. Haha. Tada. Ach, lass doch mal her, wir sind in Ruhe. Okay. Was? Was? Übertreibt das Vieh nicht ein bisschen? Ich brauche eine Brücke. Ich finde aber auch nichts, womit man eine Brücke bauen könnte. Oder auch bin ich blind. Oh. 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 Ich habe Brücke gebaut. Das war ja einfacher als gedacht. Wurst. Eine Brücke aus Roddenborn. Also. Aus Roddenborn. Klingt eigentlich auch ganz gut. Alter, spring doch auf dieses blöde Kackblatt da drüben. Das kann doch nicht so schwer sein. Also ja, ich kann auch nicht springen, aber das kriege ich auch noch hin. Oh. Juhu! Seitenschnabelhandhabung. Gut nur Stein. Tschüss! Aufschuld! Yay! Der Arsch! Da la 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 la! Wie? Wie? Was ist denn da? Krippen-Turlerei! Lunge Party! Uiih! Voll fett geflogen! Hi! Was geht? Darf ich da rein? Nö, nö. Schade. Komm, straffend schlafen, der Troll da! Oh! Hallo! Praktisch! Ich gehe dann mal nach Foxmeat Warum war da wer dringend? Ich frage Aha, jetzt können wir hier endlich durch Wurde ja auch mal Zeit Gah, der Gang ist sicher Ops Weh What Böse Pflanze, böse Pflanze, geht er weg Mein Durchgang Die wackelt so lustig Mh 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 Mh